Sieben Tage, sieben Burger, Tag zwei. Heute gibt es den Goat Burger. Wir braten das Fleisch und den Ziegenkäse von beiden Seiten in einer Pfanne an. Jetzt bestreichen wir unser angeröstetes Birochspann mit Feigensenf. Als nächstes Rucola, Fleisch, den angebratenen Ziegenkäse und frische Feigen. Zum Schluss nochmal Feigensenf aufs Bann reinbeißen und genießen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und morgen gibt es die nächste Kreation.